Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Regionalliga-Relegationsheimspieles Begrüßen, 18.162 Besucher hier in Duisburg sahen den 1-0-Sieg unseres KFC gegen den SV Waldhof Mannheim Auf den anderen Plätzen wurde auch gespielt, zwei weitere Relegationsspiele In dem einen Spiel unterlag der 1. FC Saarbrücken 1860 München mit 2 zu 3 und in dem anderen Spiel unterlag Weiche Flensburg Energie Cottbus ebenfalls mit 2 zu 3 Beiden hier die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in Duisburg aufeinander getroffen sind Zu meiner linken Gäste Trainer Bernhard Trares und zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer Herr Trares, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel wählen Ja, schönen guten Abend alle zusammen Erstmal Glückwunsch von Würding zum 1-0-Sieg Dankeschön Ja, ich glaube wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben sehr viel Ballbesitz gehabt Haben sehr gut durchkombiniert, haben gute Chancen rausgespielt in der ersten Halbzeit Zwei gute Chancen, Hefe frei vom Torwart, danach Mo, nochmal umkürzen Pfosten Sowie in der zweiten Halbzeit mit Gianluca Korte und auch mit Sommer Ich bin hoch zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft, die ein tolles Spiel gemacht hat Leider hat uns das Auswärtstor heute gefehlt Nichtsdestotrotz ist es für uns noch nicht vorbei, es wird nochmal ein knackiges Rückspiel werden Wo wir alles probieren, das Ergebnis nochmal zu drehen Und ja, ich kann insgesamt meine Mannschaft loben Und ich muss sagen, wir haben eine wahnsinnige Intensität heute wieder an den Tag gelegt Zum Schluss muss man natürlich zugeben, haben wir noch eine Chance einfach zu viel zugelassen Ja, da hätten wir vielleicht auch das 2-0 noch kriegen können Das hat unser Torwart gut gehalten Und insgesamt, ja, gleich ein kleiner glücklicher Sieg auch für Erding Aber insgesamt haben Sie eine bessere Effektivität schon die ganze Saison Haben da natürlich sehr gute Spieler in der vordersten Front Wir nehmen das so an, wie es ist und freuen uns auf den Sonntag Danke Vielen Dank Bernhard Trares Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer und sein Kommentar Ja, schönen guten Abend, alle zusammen Bernhard, danke für die Glückwünsche Mit der ersten Halbzeit war ich absolut nicht eingestanden Natürlich ist Waldhof ein anderes Kaliber wie die Mannschaft, von der wir zuletzt in der Liga spielen mussten Das war uns aber vorher klar Wir haben vorne keinen Zugriff bekommen Waldhof war kräftiger auch im Zentrum wie wir Wir haben zu lange gebraucht War nicht handlungsschnell genug Ich hatte auch den Eindruck, dass der ein oder andere Spieler vielleicht schon mit der ganzen Situation Und vielleicht auch der Kulisse so ein bisschen gehemmt war Weiß ich nicht genau Und Waldhof war gut kombiniert Wir haben keine gute Raumaufteilung gehabt Wir waren immer einen Schritt zu spät Und unser Pressing, das in der Liga jetzt sehr gut funktioniert hat, ist überhaupt nicht zum Tragen gekommen Als der zweite Halbzeit haben wir es dann ein bisschen umgestellt Dann wird es deutlich besser Eigentlich mit der 46. wird es deutlich besser Haben dann viele Ecken geholt, viele Standardsituationen Haben auch körperlich dann nachher einen besseren Eindruck gemacht Als in der ersten Halbzeit hinten raus Können wir zum Glück körperlich immer nochmal aufs Gaspedal treten Auch wenn der ein oder andere Spieler jetzt am Ende der Saison nach so einem langen Jahr fast schon Krämpfe bekommen hat Da sieht man, wie intensiv auch das Spiel war Aber mit der zweiten Halbzeit kann ich sehr gut leben Aber wir wissen ganz genau, dass das noch ein ganz heißer Tanz wird am Sonntag Wir haben eine vernünftige Ausgangsposition, nicht mehr Aber die haben wir erreicht Und jetzt müssen wir in Mannheim ein deutlich besseres Spiel machen Dazu ist die Mannschaft auch in der Lage Wir waren heute nicht bei 100%, das muss man ganz klar sagen Und wir müssen uns in vielen Bereichen steigern Wenn wir am Sonntagabend in der dritten Liga sein wollen Das weiß die Mannschaft auch Die Jungs sind extrem selbstkritisch Haben eben in der Kabine auch schon sich eingeschworen auf den Sonntag Wir müssen jetzt schnell, möglichst schlau regenerieren Alle Kräfte sammeln Und dann geht es ab nach Mannheim Und dann wird es ein Spiel auf Dienung brechen So stelle ich mir Fußball vor Fifty-fifty Ausverkauftes Stadion Super, besser geht es nicht Wir freuen uns wahnsinnig Wahnsinnig Wenn die Spieler nicht so müde wären Würde ich sagen, lass uns morgen direkt weiterspielen Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch froh, dass wir zwei Tage haben Wir haben jetzt das elfte Mal hintereinander gewonnen Und das war mit Abstand, mit Abstand das schwerste Spiel, was wir zu bestreiten hatten Und ich freue mich auch genau wie Bernhard auf Sonntag Danke Vielen Dank Stefan Krämer Gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Hier vorne Ja, Fragen an beide Krämer Das Spiel hat mit einem halben bisschen Verspätung angefangen Weil auf Seiten der Mannheimer Pionotechnik aus Stiegelt aufgenommen wurde Wie haben die Spieler, wo das laufen, das haben wir gemacht? Also zuerst war die Verzögerung nicht wegen der Piro Die war wegen dem Ansturm oder wegen dem Verkehr Und dann die Piro, klar, freuen uns das nicht Das ist einfach ein Blödsinn Da gab es ja sechs Minuten dann auch Verzögerung Die wurden dann nachgeholt Das war natürlich ein bisschen unglücklich von unseren Leuten Aber insgesamt haben wir super Fans, die uns wahnsinnig unterstützen Ja, also es ist wie es ist Ich meine, wenn man vor zwei Jahren gesagt hätte Pass mal auf, in zwei Jahren fängt ein Spiel vom KFC Hürdingen Eine halbe Stunde später an, weil so viele Leute den KFC sehen wollen Dann hätten sie sich wahrscheinlich eingeliefert in irgendein Krankenhaus Aber da, wo du nicht mehr rauskommst Und jetzt haben wir die Situation, dass die Leute ins Stadion kommen wollen Ja super, da hätten wir noch eine Stunde gewartet, wenn das Stadion voll geworden wäre Mir total egal Gibt es weitere Fragen von der Presse? Toll Es ist trotzdem nicht schade, dass nur 18.000 Zufall In einem KFC Hürdingen so stimmt Und wo 30.000 rein ist, wäre der viel mehr gekommen Dass man die 12.000 jetzt freiläst Wo führt das hin? Naja, erstmal bist du mir dem MSV dankbar, dass es eine Lösung gab Dass wir relativ nah an Krefeld dran spielen konnten Und unsere Fans so die Möglichkeit hatten, hier hinzukommen Alles andere, diese politischen Entscheidungen, weiß ich nicht Da kann ich nichts zu sagen 18.000 finde ich für den Donnerstagabend, finde ich eine stattliche Zahl Und ich muss sagen, die Leute haben uns wahnsinnig unterstützt Ich weiß auch, dass unser Auswärtskontingent innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft war Es werden 3.000 Leute aus Krefeld mitfahren am Sonntag Und dann gucken wir mal, was passiert Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken Unseren Gästen aus Mannheim im angenehmen Heimweg Wir sehen uns am Sonntag, ich hoffe den ein oder anderen von Ihnen Sehe ich auch am Sonntag Vielen Dank nochmal an den MSV für die Bereitstellung hier der Arena Und noch einen schönen Abend von Stier und Neuer Herzlich Willi